Herzlich willkommen zu Teil 6 unserer YouTube Reihe Verhandlungstaktik. In den ersten fünf Teilen haben wir uns ausschließlich mit dem Thema der Vorbereitung der Verhandlung beschäftigt. Eine ganz wichtige Phase, der Stress ist niedrig. Wir haben alle Zeit der Welt, um die wichtigen Fragen zu stellen, um uns den Sachverhalt anzusehen. Jetzt verlassen wir den Teil der Vorbereitung und kommen zur nächsten Phase, nämlich der Phase der Eröffnung. Die Phase der Eröffnung des Kennenlernens ist eine sehr kurze Phase, ist aber trotzdem ein eigener Teil. Wir haben gesagt, das Ganze fängt an mit der Vorbereitung, dann der Eröffnung und dann der eigenen Verhandlungsphase. Eröffnung ist ein eigener Teil, weil er so wichtig ist. Im Bereich der Eröffnung gibt es folgende Grundkonstellationen. Der Stress ist in der Regel am höchsten. In der Regel weiß man nicht, was einen erwartet. Man kennt den anderen vielleicht noch nicht. Man will selber einen guten Eindruck machen. Stresslevel sehr hoch. Andererseits muss man auch wirklich einen guten Eindruck machen, denn die ersten fünf Minuten sind für die Einschätzung durch den anderen sehr entscheidend. Und wichtig ist nun, in der Phase der Eröffnung einfach sehr sympathisch und authentisch rüber zu kommen. Da können wir Pluspunkte machen. Wenn der andere schon ein Problem mit einem hat, aus irgendeinem Grund, dann wird es in der Verhandlungsphase sehr schwer, wenn wir Punkte durchbringen wollen, die vielleicht nicht so einfach sind, wenn nicht selbstverständlich sind. Ja, jetzt ist die Frage, wie wirken wir sympathisch und authentisch? Das erste, was mir wichtig ist, die Körpersprache. Wer seine Handflächen geschlossen hat nach unten statt offen, wer immer zu Boden schaut, immer seitlich weg schaut, den anderen nicht in die Augen schaut, der wird von der Körpersprache unter Umständen schon ein Problem haben. Zu lange in die Augen schaut, ist auch schlecht. So drei bis vier Sekunden reicht aus, denn sonst stiehlt man den anderen an. Das ist auch nicht günstig. Also Körpersprache, locker sein, nicht zu locker, nicht zu lässig, aber in jedem Fall so, dass man einen sozusagen locker, wenn unangestrengten Eindruck macht. Kommen Sie sympathisch und authentisch rüber. Das ist leichter gesagt als getan, das muss man ein bisschen üben, gerade in dieser Stresssituation. Aber in dem Punkt gibt es dann noch eine weitere Herausforderung. Das ist die Herausforderung, sogenannte Rapport herzustellen. Man kommt nämlich dann beim anderen an, wenn man einen Gleichklang mit der anderen Person schafft, wenn man der anderen Person ähnlich wird. Und die Ähnlichkeit dieser Rapport, die hat verschiedene Ebenen. Die fängt sogar bei den Körpergesten an. Wenn der andere trinkt und man selber auch trinkt, was Glas nimmt, dann ist das erst mal eine Frage des Gleichklangs. Wenn man es natürlich zu oft macht, fällt es aber auf und dann wird es schwierig. Die Sitzhaltung ist anders, wenn man es übernimmt. Es ist eine Frage des Rapports oder Gleichklangs. Kann man machen, aber alles immer sehr natürlich und nicht übertrieben. Der Rapport geht sogar bis zur Atmung. Der geht bis zur Sprechgeschwindigkeit. Wenn ich jemanden habe, der langsam spricht, ist es nicht gut, selber schnell zu sprechen. Umgekehrt genauso. Schnellsprecher mögen Langsamsprecher nicht. Das heißt, in der Sprache, sogar teilweise in der Atmung, im Atemrhythmus, in den Bewegungen, den gleichen Gesten, ist der Rapport wichtig. Ja, und dann können wir schon mal in den ersten fünf Minuten, und da eignet es sich einem natürlich am besten, wenn wir bei der zweiten Partei verhandeln, vielleicht in deren Büro, in den ersten fünf Minuten können wir auch sehr viel über den anderen herausfinden und können Smalltalk betreiben. Beispielsweise über die Hobbys des Anderen. Die Hobbys des Anderen, die sehen wir oft im Büro. Meistens haben Leute irgendwelche Bilder über die Hobbys da stehen, wie zum Beispiel, was weiß ich, die andere Person auf dem Segelschiff oder beim Golfen. Oder es stehen verschiedene Oldtimer-Modelle rum. Da haben wir sehr schnell ein Hobby-Thema. Sprechen Sie mit dem Anderen dessen Hobbys an und durch. Und das setzt natürlich voraus, dass man Grundkenntnisse über Hobbys hat. Ich selber sage immer, wenn man oft verhandelt, sollte man sich, auch wenn man es nicht mag, zum Beispiel im Fußball auskennen. Man sollte wissen, wer gerade Tabellenführer ist, man sollte den Patriot der Hals kennen, auch wenn einen der Sport überhaupt nicht interessiert. Denn meistens kommt das Thema auch auf diesen Punkt. Sport, vor allem Fußball, Kunst ist wichtig. Auch so Themen, die wichtigen wirtschaftlichen Themen. Was man nicht ansprechen sollte in den ersten fünf Minuten, sind Themen wie Politik. Da kann man ganz böse auf die Nase fallen. Auch das Thema Familie sollte man möglichst rauslassen, denn wir kennen ja die familiäre Situation des Anderen nicht. Thema Gesundheit, auch kein gutes Thema. Wir kennen die gesundheitliche Situation des Anderen nicht. Aber eben so unverfindliche Themen wie Hobbys, wie allgemeines Weltgeschehen und so weiter. Das ist ganz gut. Dann ist die Frage, wie lange machen wir das? Wenn Ihnen jemand zum Beispiel die Hand gibt und sagt, Schmitz, willkommen und das war es dann, dann wissen wir in der Regel, dass es vielleicht ein Pragmatiker ist, der wird keinen allzu langen Smalltalk wünschen. Das heißt, die Länge des Smalltalks sollte man auch ein bisschen dem anderen anpassen. Wenn ich einen typischen Vertriebler auf der anderen Seite habe, dann kann ich es auch immer länger machen, kann ich immer einen Witz machen. Das heißt, die Einschätzung der anderen Person ist ganz wichtig. Gleichen Sie sich dieser Person an, dann wirken Sie sympathisch, dann wirken Sie wie jemand, mit dem man gern auch Verträge abschließt und der auch dann letztlich Dinge durchsetzen kann und dem man auch Dinge gerne gibt, die man vielleicht nicht so gerne hergibt. So, das war es zum Teil 6, zu dem Thema der Eröffnung. In Teil 7 werden wir beginnen mit dem Thema der eigenen Verhandlungen und seinen ganzen Facetten. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.